Gerechtigkeit siegt. Na, nicht immer. Aber okay. Ja, okay. Aber natürlich sieg ich. Geh mal. Wieso bringst du mir jetzt ernsthaft bei, wenn man einen Wachhund tötet? Danke, Spieler. Auf welcher ist ich auch nicht selber gekommen, dass ich linke Maustaste drücken muss, den Wachhund töten. Weil die linke Maustaste, die Taste ist, dass man alles tötet. Ah, wow. Wow. Erstmal beibringen, wie ein Wachhund töten ist. So tötet ihr einen Hund. Das Tutorial von Assassin's Creed. Danke. Sehr schön. Danke. Danke. Also, ein Köder wird die Hundewache ablenken. Na ja. Ähm, au. Ah, jetzt habt ihr mir... Ach, jetzt muss ich... Warum, warum, warum hab ich da jetzt über einen Köder hingeschmissen, weil ich das Spiel so wollte? Oh, ich muss jetzt alles hier umschalten... Ähm, umschalten. Hätte ich ganz gern das hier wieder... Das hier. Da. Der Köder umschalten, ey. Weil er vor allem für Zähne nicht so auswendig machen. Aber hier steht die zu einem Heim nicht. Hm. Mal gucken. Bleib mal heimlich. Bleib mal heimlich, komm. Wie war... Ja, der kommt ja nicht hoch. Awww. Toll, danke. Na klar. Ich weiß. Ich geh mir auch davon aussehen, dass er da hochkommt. Aber naja, versuch hier. Versuch hier, dass er nicht ging. Wo denn? Hat er das noch? Oh Gott. Oh Gott. Ah, die Fresse. Man darf nicht entdeckt werden. Achso. Ja, achso, da darfst du nicht so umlaufen. Wow. Wow. Danke, Spiel. Cool, dass man da nicht hochkommt. Dann muss man... Ach. Ihr habt einen vorgefährlichen Weg. Oh, dann sagt das doch gleich. Oh Leute, ich weiß doch, wie das geht. Jetzt habe ich einen Hunde-Köder an. Jetzt habe ich einen Köder geschmissen, weil er das Spiel, das jetzt umgeschaltet hat. Mal neu laden. Danke, Spiel, dass du das umschaltest. Du willst es aber so lassen können, wie ich es eingestellt habe. Weil es war eigentlich schon perfekt. Denk mal was dabei, wenn ich Dinge so... Wenn ich Dinge so schön finde, wie sie sind, dann... Ich mag das, ne? Wenn, wenn, äh... Wenn man einfach mal meine Steuerung uns so zufrieden lässt. Wollte ich mal besagen. Wollte auch Bescheid geben. Nur auf welchem Radius merkt er das denn? Ach so, so, hier, so, ja. Sicher. So merkt er das. Ach so, okay, das ist das Radius. Das Radius hat einmal Quiltimap. Ah ja. Okay, warte, dann... Dann, um wie weit, äh... Warte mal, reicht das schon? Nein. Da würde ich... Ah, dann habe ich das gemacht. Äh... Dann mach doch mal hier. Das ist... Ah, okay. Ah, go. Ich stehe ja auch erstmal. Um... Hmm... Hmm... Und man kann ja ein bisschen rauslocken. Ach, auflösen ist eh. Ah, danke. Das sagt mir das Spiel aber nicht, wie ich die wegbekomme. Wow. Weißt du, aber dreimal nochmal anzeigen, wie man sie kriegt, aber nicht, wie man die wegbekommt. Ja, das ist mir klar, wenn wir einen Ort finden, wo ich das überhaupt einsetzen kann. Okay, wir warten, bin ich hier noch entfernt. Boah, wir haben schon eine stirbische Scheiße. Ja, wenn keine Hunde kommen, geht das doch. Ah, meine Wölfchen kommen wieder. Ja, langsam nehmen wir uns. Und hier gibt es auch keinen Kontrollpunkt. Das ist fies. Aber hier gibt es auch keine Hunde, das ist ja gut. Okay, die Hunde sind echt krass. Und hier gibt es auch keine Hunde, die Hunde sind, die Hunde sind, die Hunde sind. Ich bin mal lieber wieder hier. Oh mein Gott, jetzt soll ich den jetzt suchen. Oh, scheiße. shit mit dem film mal gucken ob man muss ich ja nein war auf faxen zu machen einfach gehen und für die ag wird auch nicht ich habe ihn gefunden wir haben ihn gefunden gott sei dank kontrollpunkt gott ich brauche keins ihr seid der ranghöchste offizier während meiner abwesenheit falls etwas schief läuft nun ja für eure witwe ist gesorgt geiler geiler soll geiler kommandeur wer schief läuft komplett für eure witwe ist gesorgt immer ein ist aber nett aber gut für deine witwe ist gesorgt oh gott hinrichtungen also schon eine super fähigkeit aber die hunde die waren irgendwie ein bisschen bisschen schwer zu lesen auch fand ich also hätte jetzt ja auch eher glück gehabt dass das ihm so gut ging aber dafür gab es ja auch innen geblieben jetzt weiß ja warum es hier drin keine hunde gibt natürlich klar wenn ein hund sich so extrem erschnüffeln kann klar dann natürlich ist aber auch sehr hart also eigentlich selbst um die software schon öfters mal hunde benutzt es gibt ein paar spiele gibt es wo sie nur hunde als gegner auch hatten und er ist so hart hat muss ich hatten diese so nie gemacht aber ok ist ja nicht wenn man was jetzt also da war jetzt dumm ne oder warum um jagen die mich hat die auf ihren hund dabei war es auf mich und nett so freundlich von dir ist sympathisch ja ok da wird er wieder raus jetzt sollte das ja kein problem mehr sein darf oh nein Nein, der bleibt jetzt nicht da stehen, oder? Wieso bin ich da entdeckt? Ich war hinter dem Bar. Ach komm schon, natürlich. Klaro, ja, danke, dass du mich suchst. Ah, ich kann mich, ja, kann sie nicht in einem Baum decken, oh, wow. Okay, was? Hä? War das ein Scheiß? WTF? Ach toll, jetzt haben die auf mich geschossen. Ah, toll, danke. Ah, wow, weißt du denn, das ist ein... Irgendwie das Deals-Team ist ein bisschen komisch, haben die mich jetzt gesehen. Dürfte doch eigentlich mal nicht sein. Die meistert unsichtbar. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das DLC manchmal ein bisschen merkwürdig von der Machart. Aber, okay. Ah. Was? Ich bin ein wenig... Äh. Shit, shit, shit. Oh Gott, ich muss auf ihn aufrollen. Er kommt mit Arsch. Fuck, fuck, okay, lauf. Fuck, er kommt. Bin zu lang gedammt. Okay, ne, alles gut. Nein! Ich dachte, bleib stehen. Nein. Ja, entdeckt. Wie du entdeckt? Vom wem? Oh, von wem wurde ich jetzt schon wieder entdeckt? Oh Gott, das... Ja, alles gut. Er hat ja nicht lang, und dann... Okay, war aber ein Kontrollpunkt, ne? Genau gesehen. Ach so. Ach so, okay, danke. Okay, so wie so ein Thema. Es wird jetzt einfacher, ne? Mhm. Aber halt schwerer als das vorher. Jawohl, na. Er hat auch eher Glück gehabt. Ja, bitte, wie schnell ist denn der mit einem Scheißpferd? Oh, ja, der ist ja... Es ist ja über. Jetzt ist... Ja, komm schon, beeil dich! Oh, jetzt stampfe ich hier rum. Oh, nee. Jetzt kann ich noch mal machen. Oh, ich hasse dieses... Ja, ja, wow. Ja, ja, wow. Oh, toll. Er kann ja mit einem Pferd reiten. Ja, kein Wunder, dass er schneller ist. Das ist doch ein Wunder. Wow, er muss sich genau so schnell da wie ein Scheiß-Kack-Pferd, oder was? Oh, ey, ja. Komm, hier runter. Dann nicht da, wo jetzt... Obwohl Eis... Ding, Eis sei schon. Bleib hier, ja. Das ist jetzt aber ne Scheiß-Idee, was das Spiel hat, ne? Mit... Auf'n Baum. Ja, toll. Jetzt ist er doch soweit. Oh, ey. Ja, komm. Hoch, hoch, hoch. Komm schon. Lauf, 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 lauf. Jetzt lauf doch! Es ist ja zu viel Schnee. Ich hasse sie auch. Was ist denn das? Ey, ich beeil mich. Ich komm noch nicht. Was soll ich denn machen? Ja, jetzt geht's. Und die Wege, die man gut laufen kann, sind versperrt. Na, danke. Ja, supi. Ja, duber, duber, dankeschön, ey. Oh, es ist ein Level. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Achso, jetzt ist es im Wolfsmodus. Ey, der Mission. Das war geil. Ne. Den Bären befreien und so fein Abdeckung sorgen. Was? Den Bären befreien? So, das ist aber ne Bären. Starkidee von dir. Den Bären befreien ohne Wachen zu alle Mühe oder zu töten. Oh, ey, ihr habt doch einen Arsch auf den Tür. Die dir absolut gut. Ja, geil. Weil er kriegt den so auf. Wer wird uns bei der ersten Gelegenheit auffressen? Der sieht doch friedlich aus. Friedlich, bis er Hunger kriegt. Selbst dann ist immer noch besser als Harrys Arbeit. Warum? Was muss Harry denn tun? Den Käfig säubern. Ah. Das ist kein Gelegenheit. Viel Spaß. Aber vor der Bären kommt. Achso. Die Rache des Bären. Der Bär! Schnapp den 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 Bär! Rache unsher. Der Rache des Neptften. latchen. Schnapp den Bär! Geht sie dann? Der Bär! Die D okay! Die D Bull! Diese Jousins! Sie, die Dile! Die ist das! Was soll denn die Kacke? Alter, die müssen uns echt fies gemacht. Ah, ein Sperrgebieter. Oh mein Gott. Wieviel Schuss. Alles echt gemeingemacht hier. aber trotz der Fähigkeit Zack! Easy! Mission geschafft! Endlich! Ja wir haben beides geschafft, trotz der Schwierigkeit, siehste? Obwohl die Mission so schwer war Ha! Eine Fähigkeit entkommst du nicht Ich habe lange gewartet, um deinen Verrat zu beenden Einmal bist du entkommen, heute jedoch nicht Wer bist du? Was geht hier vor? Du weißt, wer ich bin Ich hab dich noch nie zuvor gesehen Worschtens Apfel Damit kontrolliert ihr die Menschen, du Du musst mir glauben, ich war nicht bei Verstand Was du in West Point getan hast, war ausschließlich dein Wille West Point, ich hab nie im Leben einen Fuß in das Vorgesetz Bitte Washington Du musst ihn aufhalten Er ist kein Mensch mehr, sondern ein Monster Finde Benjamin Franklin in Boston Er kann dir helfen Doch dazu musst du Du musst ihn befreien Befreien von wo? Wo? Hab dich Hab dich Ende Gut geschlafen? Eine Schande, das mit Armholt Aber Dein Gesicht, als ich dich schlug, war zu köstlich Ganz große Augen Und dann Aus wie eine Kerze Verdammt seist du, Patten Du wachst gerade rechtzeitig auf Wir erreichen nun Boston Die Stadt, die weit mir gehört Washington wird es lieben Seht, Sir Der erbitterte Widersacher Der Mann, den ihr aus nächster Nähe erschossen habt Ich gebe ihn euch als Geschenk Und seht nur seine Wolfsmütze Ihr seid doch verrückt Ihr allesamt Danach Wird er sicher den alten Ben Franklin verjagen Und Boston mir geben Verschlossene Sache Genau wie dein Tod Oh ja Du wirst ein gutes Geschenk abgeben Ah, aber wenn ich sterbe Das zweifle ich Das ist ein gutes Geschenk abgeben Das ist ein gutes Geschenk abgeben Das ist ein gutes Geschenk abgeben